Stopp! 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 Oh Gott! Moin Leute! Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Gott, ich nehme heute die ganzen Videos am 28.04. auf. Ja, anders kann ich das leider nicht tun. Zumindest die Alltags-In-Gita 5 gehen nicht anders. Ich muss die so hochladen. Auf diesem komplizierten Weg, weil ich ja nur an einem Tag in der Woche Videos hochladen kann. Ist nicht besonders viel, aber das reicht doch hier. Ich kann zocken, ich kann labern, aufnehmen, das mehr brauche ich nicht. So, wir gehen heute mal wieder in ein Waffengeschäft. Wir erkunden natürlich ein bisschen die Welt und schauen uns ein paar Details an, die wir hier haben. Ganz direct now open. Und da sehen wir schon eine russische AK-47. Gamel Towning. Also das Ding hat 24 Stunden geöffnet. Hier ist der Eingang. Open or alle. Also jede Woche hat es offen. Da haben wir verschiedene Schutzwesten. Die haben verschiedene Widerstandsklassen. Die einen sind gegen Kugeln, gegen Pistolenkugeln. Die anderen sind dann gegen schon... Ja, wie nennt man das? Wie nennt man diese Munition? Bleigeschosse, Stahlgeschosse und so weiter. Granatensplitter. Das ist auch wie im echten Leben. Da gibt es verschiedene Schutzklassen. Die Standardschutzklasse, ja, die hält eine 9mm ab. Dann gibt es welche, die gut gegen Stiche ist. Dann gibt es eine Schutzweste, die gut gegen Snipergewehren ist. Gegen Wolfram-Munition und so weiter. Genauso ist es natürlich bei den beiden Waffen. Die haben auch verschiedene Widerstandsklassen und Stärken. So. Fangen wir mal Detlef hier. Der vom Up ins Beet. Ich finde den Typ ja auch sowieso cool, Up ins Beet. Vielleicht kennt ihr diesen Italiener da im Fernsehen bei Vox. Oh, der ist immer so ausrastet. Und so Detlef, ich hätte gerne... Was hätte ich denn gerne? Auf jeden Fall eine AP-Pistole, wenn das geht. Ah, das geht nicht? Okay, dann nehmen wir unsere andere... Eine Pistole geht aber, oder? Wenn er mir keine Munition gibt, dann müssen wir uns die Munition halt irgendwie besorgen. So. Das könnte jetzt ein bisschen schwerer sein. Weil wir jetzt einfach da reingehen. Ach, nein. Guck euch das mal an hier. Nein, warum tötest du mich die ganze Zeit? Ein 5 Versa 1. Ich kann mich doch gar nicht wehren. Ich hab doch überhaupt keine Munition am Start. Okay. Nun ja. Da ist es. Da bin ich. Was erzähl ich denn da? Ja, es ist jetzt Abend geworden. Es wird dunkel. Wir gucken mal auf die Uhr. 20 Uhr 11. Das ist doch super gut, um eine reelle Nacht-Session zu machen. Einfach ein bisschen nachts durch Los Santos fahren. So. Dafür muss ich natürlich jetzt erstmal uns ein Auto kapern. Wie in Südafrika. Und das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, der will wieder ins Auto rein. Ne, der will nicht mehr ins Auto rein. Der will nicht mehr. Dann haben wir uns das Auto geklaut. So. Achtung, bitte. Danke. Ja. Wir wollen heute ja mal ein bisschen was erkunden. Ein bisschen uns ein paar Sachen anschauen. Und da hab ich einfach mal was. Werde ich einfach mal den Weg irgendwo markieren. Achtung. Ihr sagt Stopp. Stopp. Okay, dann werden wir uns jetzt diesen Wegpunkt aussuchen und dorthin fahren und alles über diesen Ort erfahren. Uns die ganze Gegend anschauen, die Leute kennenlernen, sozusagen. Und dann gucken wir mal, was es da gibt. Ich werde es glaube ich ab sofort immer so machen. Einfach mal einen Punkt markieren und dann einfach mal da hinfahren. Weil in der Stadt gibt es wirklich viel zu entdecken. Das zweite Thema ist ja, mir geht das, mir gehen langsam diese ganzen Ideen aus. Und da ich denke mal, ihr habt viel mehr Ideen als ich, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mal ein Thema reinpacken würdest. Schreib mal ein Thema. Es dauert aber bis zu einer, zwei Wochen, bis ich dieses Thema dann auch rannehmen kann. Hier haben wir unseren Wegpunkt markiert. Einfach mal frei schnauze sozusagen und wir sind hier im Irr... Persös. Persös. Ich weiß nicht, was auch das ist. So ein Fellladen oder irgendwo. Das hier ist auf jeden Fall die Gegend. Und was haben wir denn hier? Seht ihr, man muss hier wirklich auf jedes Detail achten. Ach, ich würde gerne mal da drauf schießen. Ich habe leider keine Munition mehr. Da hinten haben wir natürlich noch ein paar Kleidergeschäfte, die wir hier erkunden könnten. Wenn man reinkommen könnte, aber das geht ja leider nicht. Guckt mal, das ist nur Fake. Sieht nur so aus, als ob man rein könnte. So. Wir brauchen aber ein bisschen Geld. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen besorgt. Im echten Leben wäre es natürlich viel schwerer, sich an Geld zu kommen, weil das ja natürlich nicht so leicht ist. Polizei ist aber schon auf den Pferden hier. Ja, der Wegpunkt, den ich markiert habe, ist ein reiches Viertel. Das zeigt auch mal wieder den Arm-Reich-Kontrast. Erst ein paar Straßen weiter ist totale Armut. Ich sage nur, in dieser komischen Grove Street, in der man auch hin kann. Die Grove Street, wo genau sie ist, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, die ist hier in diesem Ghetto-Viertel da hinten. Irgendwo. Und diese Grove Street ist berühmt durch San Andreas, die auch gut animiert wurde. Und da ist einfach Bandenkriminalität, arme Leute. Da merkt man schon wirklich den Arm-Reich-Kontrast. Ganz, ganz furchtbar. Ganz schlimm. Ganz schlimm sowas. Ehrlich jetzt. Naja. Oh, jetzt habe ich wieder ein Kopfgeld bekommen von irgendeinem Typen, der die Polizei gerufen hat und den Kopfgeldjäger auf sich aufmerksam gemacht hat. Ah, Mann, 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 was ist denn jetzt wieder passiert? Ja, ich sage jetzt auf jeden Fall mal Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation High. Bitte schreibt mir mal ein Thema, was ich nehmen könnte. Und... Weil mir fällt einfach...